Das ist Maeve. Und das ist Glas. Und zusammen machen die Musik. Koffer, 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 ich backe meinen Koffer. Heute hört man nur noch Hip Hop. Ach ja, die machen auch noch ein Stand-Up, ein Kabarett, eine Lesung und irgendwie auch noch eine Zeitreise. Wir stehen morgens auf. Ich hätt gern die 90er zurück. Und auf der Leinwand hier laufen die ganze Zeit Videos. Und wenn du immer noch nichts verstanden hast, nicht schlimm, guck's dir einfach an. Der Urlaub im Osten wie im Westen. Ne geile Zeit und ganz kleiner der Besten. So war der Urlaub 1983. Ah, übrigens. Und ohne diese geilen Leute wäre das hier überhaupt nicht möglich gewesen. Vielen Dank. Das ist mein Platz. Ich hab's Ding drauf. Krass. Das bist du. Cool. Und da bist du. Cool. Cool. Cool.